Musik Publikum, seid ihr bereit? Jo! Don Dölle, der Magikus, sauer Künstler. Musik Ich bin nicht so ein Typ, dem man trauen kann. Das hier ist eine echte Hand. Neben meinem zweiten Mal passiert nichts. Dann ist endgültig klar, dieses Seil ist krank. Jo! Das tut mir leid, das kann ich nicht. Moment, ich hol sie mal raus, die Illusion, hier kommt sie. Musik Applaus Denkt sich hier irgendjemand von euch schon ein bisschen mit Seilen aus? Jedes Seil, auf der ganzen Welt, überall. Zwei Enden, eine Mitte. Klar, ne? Musik Musik Applaus Hier ist nichts, da ist es Felsen, ja, wir mischen. Vielleicht eins sollten wir noch kurz klären, habt ihr ein bisschen Geld dabei? Nein. Ja, wir bringen in dieser Schale mal eine Münchesteile. Massierung an, ja. Hast du ein Zeilenpferd dabei? Musik Wir schauen mal nach, wir schauen mal nach. Und die Riesenbrücke hier vorne, das war Eierbecher. Nutscher. Ich glaube, es ist tatsächlich nichts los. Ich hoffe, es ist immer richtig gelaufen. Mein Name ist Jörg, 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 Jörg. Wenn Sie stehen für primero, Jörg, 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 Jörg. Und die Schale die Bühner haben, sich ist morgens ouvert, ist erst mal. Jetzt behebe wieder. Das bin ich allen Air encaraら onze, Vielen Dank.